Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen beauftragt die Finanzprokuratur, im Fall der scheinbar verschwundenen Paxlovid-Packungen zu ermitteln. Ein Konflikt entstand Ende des letzten Jahres zwischen Apothekern und dem Gesundheitsminister. Die Apotheker behaupten, es sei zu wenig Paxlovid, ein Medikament für schwere Corona-Verläufe, bestellt worden. Rauch hingegen vermutet das Verschwinden vieler Packungen. Nun fordert Rauch die rund 1.400 öffentlichen Apotheken auf, den Einsatz des Medikaments vollständig nachzuweisen. Die Finanzprokuratur soll weitere Schritte prüfen. In Deutschland gibt es bereits Ermittlungen wegen Untreue, Betrug oder Unterschlagung im Zusammenhang mit Paxlovid. In Österreich wird gegen eine Tiroler Apotheke ermittelt. Es besteht der Verdacht des inoffiziellen Weiterverkaufs von Paxlovid. Fast 2.500 Packungen sollen unterschlagen worden sein, wobei etwa 450 Packungen zurückgegeben wurden. Der Schaden für die Republik beläuft sich auf ca. 1,5 Millionen Euro. Laut Rauch erhielten Apotheken in den letzten zwei Jahren über 130.000 Packungen Paxlovid. Das Ministerium fordert nun einen vollständigen Nachweis der Verwendung. Es liegen bisher nur Abrechnungen für auf Kassenrezept abgegebene Packungen vor. Das Ministerium bestellte Ende letzten Jahres 18.000 neue Paxlovid-Packungen, die in Tranchen abgerufen werden können. Pfizer konnte die benötigten Mengen des Medikaments sofort liefern. Ab 1. Februar soll die Abrechnung über die Sozialversicherung erfolgen, wodurch Paxlovid wie andere Medikamente gegen Rezeptgebühr verfügbar sein wird. Richter